Hier sind wir bereit für ein weiteres fantastisches Ranking. Ich habe eine Reihe von wirklich interessanten Produkten für Sie ausgewählt, die Ihre nächsten Einkäufe werden könnten. Neugierig? Bleiben Sie dran, denn ich werde Sie gleich nach dem Titelsong enthüllen. Nummer 5 Diese Schneeschuhe sind für Bergwanderer unverzichtbar. Ausgestattet mit einem Fersenlift, um auch die steilsten Hänge zu bewältigen, sorgt der Just Look Druckknopfverschluss für eine schnelle und einfache Anpassung. Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 140 kg sind Sie perfekt für Wanderer aller Niveaus und können mit Schuhen von Größe 38 bis 46 verwendet werden. Sie sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und garantieren eine hohe Festigkeit und Haltbarkeit, auch dank der vorderen Speiks aus Karbonstahl. Darüber hinaus werden Sie mit einer praktischen Tragetasche geliefert, die mit oder ohne passende Schneeschuhstöcke erhältlich ist. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 4 Der Symbius XS ist einer der besten Schneeschuhe auf dem Markt für Winterwanderer. Sein strukturierter Rahmen und acht Steighaisen garantieren einen sicheren Halt auch auf den schwierigsten Untergründen. Dank seiner Hyperflexibilität und der thermoplastischen Verstärkungen eignet er sich perfekt für einen natürlichen Gang im Schnee, ohne dass fortgeschrittene technische Fähigkeiten erforderlich sind. Das vordere Riemensystem und der laterale Just machen ihn außerdem zu einer vielseitigen und bequemen Option für alle, die eine individuelle Passform wünschen. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt. Nummer 3 Der Schneeschuh, über den wir hier sprechen, ist definitiv ein technisches und wirkungsvolles Modell, das die Aufmerksamkeit von Enthusiasten auf sich ziehen wird. Dank des Up-Down-Systems ist es möglich, die Anstrengung beim Auf- und Abstieg zu minimieren, während die Fähigkeit, sich die Schuhgröße zu merken, für eine perfekte Passform sorgt. Beeindruckend sind auch das Memory-Lock-System an der Vorderseite und die festen Griffe, die sich perfekt für die Bewältigung von hartem oder eisigem Schnee eignen. Und mit nicht weniger als 6 plus 2 austauschbaren Stahleisen können Sie jede Art von steilem Gelände in Angriff nehmen. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 2 Die Schneeschuhe von Alpidex sind auf die Bedürfnisse aller Schneeliebhaber abgestimmt. Sie bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und sind ideal für alle, die beim Wandern im verschneiten Gelände maximalen Komfort und Sicherheit suchen. Der stabile Griff und die integrierten Steigkeile eignen sich perfekt für jede Art von Terrain und sorgen für einen reibungslosen Gang. Zudem ist das Verschlusssystem einfach und intuitiv und macht das Schneeschuhwandern zum Kinderspiel. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 1 Der Schneeschuh-Symbios Elite von TSL ist ein echtes Juwel für Schneeschuh-Enthusiasten. Dank seiner hochmodernen Technologie bietet er eine außergewöhnliche Leistung auf jedem Terrain und in jeder Art von Schnee. Hyperflexion und Carboneinsätze garantieren eine unschlagbare Elastizität und Reaktionsfähigkeit, während der Grip einfach außergewöhnlich ist. Darüber hinaus ermöglicht das Global Memory Binding System eine flexible Bindung und unvergleichliche Stabilität. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. 1